ist Prozent hallo wird hier gerade mal Prozent mit Fehlermeldung ob es ist weg das Hafen Spielplatz ohne kaputt die Brücke Aja ich weiß zu wissen glaube ich da bin ich glaube ich letztes Mal in Philipp lang gelaufen ich bin bald da und davon habe ich glaube ich gerade so ganz kurz die Polizei Quartier gefunden Gott also für die Leute die vielleicht kann Autos live spielen ich orientiere mich daran aber es sind ja alle gleich ich bin jetzt am direkten Wegen nach Pückhaus ja ich lauf jetzt kurz kratzen und die Maus zeigt sich natürlich schon wieder umkreis nicht ich bin nicht da wo ich sein wollte oder ist es davon nicht in gar nicht in die Insel ich muss ja eigentlich am er viel nur einmal Mann im Meer entlanglaufen Prozent ja ja muss eigentlich klappen ok ok ich bin jetzt gerade am anderen am anderen Spawnpunkt Bist du schon wieder gestorben? ne 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 ich bin äh ich bin wahrscheinlich nur am äh südlichsten Spawnpunkt gespawnt ja glaube ich auch ja gut du weißt ja wo wir lang laufen also hier ist auf jeden Fall so ein Strand und ja ja ich glaube du bist äh da gehst wo ich jetzt mal bin ich wünsche mir jetzt so ein kleines bisschen dass ich jetzt keine Spiele aussehe oder so aber ich möchte es jetzt noch zum Airfield schaffen auch wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist es gelaufen aber komm gehört dazu ich glaube auf der Insel gibt es glaube ich nichts besonderes ne die ist leer glaube ich also ein Gebäude steht oben aber da wird denke ich nicht wirklich der krasse Shit-Luden äh Spawnpunkt ja ich bin nämlich jetzt am Süden im südlichsten Teil also jetzt bin ich direkt gleich da äh also unter am Ende von äh ich könnte jetzt gleich die Bank hochlaufen ok ich höre den Helikopter wieder hier ist wieder der Helikopter das ist genau der von vorher oh man ich höre den denke ich auch der fliegt direkt über Kühlgross drüber in Richtung Süden? nein da ist fliegt in Richtung doch Richtung Süden ja ok dann kommt man mir wahrscheinlich gleich entgegen ok da sind wieder diese äh Türme wo du gestorben bist oh Gott ich will am besten schwimmen ein Boot nehmen ein Boot wäre wirklich geil ne? ja ok das ist ein Zombie ok alles klar da bist du halt am sichersten ja und du hast Zugriff auf vieles aber ich höre gerade kein Geballer relativ ruhig ok ach das ist dann wieder oben sonst aber auch nix ok ich sehe da jetzt so eine Halle da würde ich mal kurz reingucken ist da vorne dann schon über? weiß ich jetzt gar nicht ok ich laufe jetzt an dieser ganz lang gezogenen Linkskurve du auf der Map guckst ah ok also soweit ist es glaube so lange dauert es glaube ich gar nicht mal zu mehr viel ok das ist natürlich nicht gespawnt wenn sich eigene Server erstellen könnte wäre es auch nice ja das wäre echt nice aber ja gibt es schon nicht so viele Server aber die 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 sind wenigstens ja wobei ich glaube es gibt 30 stücke oder so ja aber wenn du guckst da ist sie gibt es nicht draußen wobei da gab es zum Teil Leute die waren komplett leer nach dem ersten nach dem Patch dann ich versuche mich gerade daran zu erinnern wie da ich sag mal kann es sein dass die Stadt vielleicht ein bisschen verkleinert worden ist dass man schneller von Ort zu Ort kommt wenn sie nicht ein bisschen kompakter geworden ist oder sowas kommt mir ein bisschen vor da jetzt habe ich auch eine Uhr jetzt habe ich auch eine Uhr ne keine Ahnung wo der jetzt ist ne keine Ahnung wo der jetzt ist ich bin ja gerade an ein paar Häusern die ich durchluten bin ähm wie ist es da kommt doch oben kommt also da ist ja rechts dieser Weg nach oben da kommt ja die Kurve dann geht es so ein bisschen ähm geradeaus ist halt direkt eigentlich am Meer so das Flughafen oder warte mal kurz ich guck mal kurz auf die Map also du bist jetzt wo ich laufe jetzt hier gerade diese lange O-Kurve oder U-Kurve U-Kurve? ja oben links vom Pykros halt den Strand laufe gerade hoch achso ok ähm ja dann bist du quasi bald in am Meerbad seh ich denn direkt den hier oder was? müsstest du eigentlich ja ich guck mal kurz ok davon ist halt nur ein gezäuntes Gebiet aber das wird's jetzt nicht sein kurz vorm Airport ist irgendwo mal ein Turm so ein Militärturm oh ne glaub ich ja aber nur ein einzelner ok dann muss ich darum glaub ich nicht so gestritten ja äh oder wie spät haben wir es denn eigentlich? äh puh warte mal also in echt jetzt meinst du? ja 3 v1 wir nehmen wir mal nachts auf das macht aber auch ein geiles Feeling ja also ich bin irgendwie nachts so wenn ich dann wenn ich halt den äh ich weiß nicht wir werden mir glaub ich gleich noch mal einen Kaffee reinhauen boah ich bin grad auch müde äh warte mal naja da oben das Haus noch angucken wir haben jetzt zwei halb Stunden aufgenommen wann haben wir den wieder aufgenommen wir haben? weiß ich nicht um um 0 Uhr ja warte wie ich es hat genau das heißt 3 viertel Stunden spüren wir schon wieder ja aber ich will so zum Erfurt gelangen aber wenn das jetzt nicht mehr so lange ist aber wenn das jetzt nicht mehr so lange ist das ist ein das ist ein braun schwarz weiß so gefleckt oder irgendwie sowas ich glaub da werden nicht so viele rumfliegen aber ich glaub das ist der eine den du auch gehört hast ja das ist der eine die 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 Langlauf eigentlich ja direkt nach der Kurve oder direkt gegenüber von Picross oder nee bisschen eigentlich müssen sie sehen die hier sind zwar nicht gut als beiden Flächen so schon ja Saun ist immer gut was werden sie hier komisch denn das ist dem sein Magen die Gluckrotz so komisch der Magen warte mal wo bin ich jetzt genau nochmal kurz auf die Karte gucken ach da bin ich okay alles klar ach da ja dann weiß ich wo du bist in zwischen Ekali und Picross okay das ist nice pass auf da kommt ja nochmal so eine ganz kleine Stadt da haben sie vorher rumgeballert okay da ist noch eine Kiste die nehme ich doch direkt mal mit also jetzt ist gerade alles ruhig hier zumindest ich hab ne Waffe gefunden ne Waffe ne CZ452 oh dafür hätte ich Munition kann ich die mitnehmen? ne ah ne warte mal ja weiß ich kann ich na egal schade na egal da vorne ist es der Erfurt? da ist ein... warte mal diese scheiß Waffe ich spiele immer mit 1 die Waffe beziehungsweise Alters ist irgendwie größer als ähm Dingens ne Czerno oder? müsste eigentlich ja die Map oder was? ja ja riesengroß oder? ich kenne jetzt den Umfang nicht wobei man muss sagen das ist auch nicht genau aber von also in in Alters live nur da von Pilgros zum Airfield laufen mit der Leitsch du der ganze Tag hier rennt zu schneller und endlich lang und ich glaube wirklich sie mit so ein bisschen die Störf und so ein bisschen mehr zusammengepackt ist weil das ist ne ich glaube ich kann nicht nicht? ne hm ich glaube schon viel zu viel Arbeit weil das ganze neu was hier da ich jetzt sehe da hinten diesen Militärturm den einzelnen gegenüber vor da ist nochmal da ist nochmal mehr genau gegenüber von dem mehr stich okay you are on the verge to hydrate ja dann würde ich was trinken was ist wenn ich nix hab dann ist schlecht komm kann ich ja mehr was trinken komm was stand da gerade Auto-Restarts um ein Uhr what the fuck stand da doch gerade oder ein Uhr neun Uhr so we start at ein Uhr neun Uhr siebzig naja every eight hours aber das ist keine acht Stunden von null ach so warte mal wir sind ja auf einem britischen Server die sind eine Stunde vorne ja aber trotzdem das war ja nur in allen Stunden Takt ne ne die bei denen ist war schon ein Uhr ach so ja aber dann ist ja trotzdem dann wär ja bei denen auch schon eine Stunde was ne bei denen war schon bei denen ist jetzt zwei Uhr ach so okay ja stimmt was mach ich denn ich hab Hunger mit Durst ich hab auch nichts zu trinken verkackt hier ist Wasser komm wo es kann als echte Zeit ist ich dann gleich entführt Durst und Sterbe oder was den Scheiß ich sehe jetzt hier diesen Turm wo muss ich von dem Turm dann da ausziehen da ist doch dieser Militärturm hast du gesagt äh weiß ich jetzt gerade nicht äh dahinter ist er eigentlich der Militärturm dahinter müsste dann also dann müsstest du schon gleich das Airfield sehen oh schwimmen lohnt sich gar nicht das dauert ewig komm ich esse nochmal was vielleicht äh ist er ja ein bisschen was dabei deswegen weiß ich gar nicht ob das so gut ist weil die Chance besteht dazu dass du erfrierst also in Altis ist auf jeden Fall so Altis Live du füllst Leben wenn du schwimmst also in Altis Live ja also ja ja klar aber ich bin nur kurz so ein paar Meter